So, und dann war das hier rein, genau. Ist hier was? Achso, ja, Gold. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Oh, eine Goldader. Sehr nice. Ja, dann kommen sie mal. Sehr nice. Okay. Naja, hier ist Säge-Gäse. Passt schon. Und da hinten. Hier geht es nochmal weiter. Oh ja. Wow. Ja, es geht in Kreis. Okay, gehen wir da hinten, wo ihr vorhin wart, weiter, weil... Nee, das war's nicht. Redstone sehe ich zum Beispiel absolut gar nicht. Das klicke ich an, damit ich es besser sehe. Oh, wo sind denn ihr Zahler hin? Da. Da ist, was hier oben besser ist. Hä? Ist schon wieder am Arsch der Welt? Irgendwann ums Eck. Ja, sag ich ja. Oh, wir machen einfach mal so alt. Oh, ja, schön. Rüffelschweinchen. Das Ressourcenspaket kannst du da aufmachen. Nein, ich wollte mich zu ihm durchbauen. Was für ein Ressourcenpaket? Ich weiß genau, was ich meine. Was Blas er da hat, um die Diamanten zu finden. Ach so, X-Ray. Ich schaue auf meinen Bildschirm. Nee, hat er nicht. Ich sehe es ja tatsächlich. Manchmal. Die Entschuldigung muss ich trotzdem bringen. Ja, ja, klar. Das ist ein Klassiker. Ja, ich werde immer davor geworfen, dass ich... Aber er ist einfach ein Diamantentrüffelschwein. Ja. Das ist... Das kenne ich immer. Weil, Party kannst du mir auf dem Bildschirm gucken. Ich habe kein X-Ray an. Nee, das hat er auf Shortcut gelegt. Und jetzt... Ah ja. Und jetzt? Diamanten. Ha! Hat er gerade auf eine Tasse gedrückt, Party? Nee, hat er nicht. Ja, das Trüffelschwein-Problem, das kenne ich doch. Das ist mein Bruder genauso schlimm. Ey, unter dir ist Redstone. Unter dir ist Redstone. So, das Trüchen, was ich dir gegeben habe, Siam, das hast du doch bestimmt noch, ne? Welches Trüchen? Das Schalker-Ding. Das hat Blasen, glaube ich. Blasen, oder? Dass wir mal wieder was einlagern können, bevor wir das nächste anfangen. Das habe ich. Ja, genau. So, da geht natürlich jetzt nichts mehr. Was schmeißen wir raus? Den Rotz? Ja, toll. Hm. Das kann ich einlagern. Haben wir jetzt schon ne neue? Oder kommt jetzt ne neue? Das ist die Utility-Kiste. Weil das vielleicht ganz kurz, wir machen vielleicht eine, in eine Kiste die ganzen Mob-Trops rein, dann haben wir die sortiert, damit ihr auch in der einen Ort ist, auch wirklich die Orden. Ob Kiste, Kiste, Mob-Trop. Naja, genau. Das ist natürlich jetzt da rein, den wir passen. So. So. Ist die ein... Ach so, ja gut, die werden wir zwischendurch nochmal brauchen, dann passt das echt. Und hier hinten war das... Ne, hier hinten war das nicht, sondern in die andere Richtung. Ist hier was? Ach so. Aua. Weißt du, sie ist mit ihrer Fresse genau da vor. Hey, ich hab in die andere Richtung geguckt, du Heini. Rieh dich um. So. Stimmt, sind immer die anderen schuld. Ja. Wow. Genau, weil hier haben wir ja noch gar nichts. Ja. Ja, ich seh grad auch nichts, ehrlich gesagt. Mach die Haugen auf. Ja. Ja, ich gucke doch, aber hier ist doch gar nichts. Was willst du? Ach, da Eisen. Und Zombies. Schauwies. Da war Lapis. Der wird da drin nicht hochwägeln. Oh, Diamanten. Äh, Laser. Jetzt mach ich mir von langsam Sorgen. Ne, das ist normal, wenn man mit ihm auf... Deswegen muss er immer bei den Höhlenpülen mitgehen. Oh, guck mal, da oben ist Webstone. Stopp. In die Richtung, in die ich schau. Da, da, ja, warte. Ich hatte noch mal einen Höhlen, da kann man auch noch mal hin. Ja, ein Webstone, ich hab schon. Oder ist da mehr? Ne, mehr ist da nicht. Was seid ihr eben? Ich hab' ich verloren. Wir sind aber weiter eingegangen. Ja, weil da vorne links hätte man noch einen können. Und dann da ist auch noch ein Höhleneingang. Und da unten ist auch noch ein. Okay. Da ist was. Direkt jetzt vorne runter. Oder hier oben. Ja, runter ist... Runter ist besser, hm? Und da ist... Diamanten... Hier unten ist gar nichts. Du hast vergessen, zu sagen Diamantenblatt. Ne, weil irgendwann wird's traurig. Also. Da vorne geht's nämlich auch immer runter. Ein bisschen. Hä? Wo geht's da vorne? Ey, weiter vorne. Ne. Also, weiter zurück wieder. Oder hier vielleicht? Kommen wir hier durch? Ich ne. Oh, da ist ein Loch in der Decke. Luisa und ich setzen uns ab. War nett mit euch. Wiederschauen. Ne. Glaub er nicht. Ah, scheiße. Warte, such den Höhleneingang mal schnell in Sekunde. Ah, hier ist er. Da. Ne, da war ich vorher. Das ist schwarz. Sie haben B. Fertig. Ja. Wir können auch einfach hinten weitergehen. Ihr könnt auch hinten weitergehen, ja. Ja. Aber das will ich nicht gleich sobald ihr hinten weitergeht. Ja, das... Ja, ich hab ihn. Jetzt hab ich ihn. Ja, jetzt ist zu spät. So, verdammt. Warte mal kurz. Das nächste Mal, äh... Täusch ich nur an und wir warten trotzdem. Vielleicht funktionen wir jetzt dann. Da oben ist ein Sparagderd. Guck mal, da ist Lapis. Stopp. Ja, da. Äh, ich komm nicht an. Lawer? Lapis. Lapis. Lazzoli. Oh, tschuldigung. Lawer. Da komm ich nicht an. Da müssen wir hören. Er setzt sich bei mir mal drauf. Ja, ich sitz doch dran. Achso. Ne? Warte. So, da ist nichts. Uh. So, und da oben ist noch Redstone. Und, äh, Smaragd. Oder ist das da ein Diamant? Ne, das ist ein Smaragd. Schön, da unten sind Diamanten. Ich seh sie schon. Ne, die liegen frei an der Oberfläche. Ich seh sie einfach nur schon von hier. Ey, das ist ein, das glaubt ne Kupferquell weniger, also heilige Scheiße. Das ist gut. Nicht wenig. Das passt super. Vier Erz nochmal. Gesnackt. Das war uns gar nicht der Kupfererz oder so, die ich nicht mehr rausgezogen habe. Goll. Ich bin nicht voll. Jolls. Genau, hier sind wir ja jetzt auch unterwegs aktuell. Oh Gott. Drei. Drei Wege. Da geht's nicht runter. Oh wei. Oh wei. Da geht's richtig tief. Oh, das ist schwierig. Ja, warte mal. Oh so. Ja, gut. Oder auch nicht. Oh Gott. Hier geht's noch tiefer. Aber ich verlaufe mich immer mehr, wie ich versuche zurückzukommen. Oh, das sind die Runde. Du sollst ja nicht zurückkommen. Warte, warte, lass mich runter. Ich soll euch zurück. Roter Stein. Ja, siehst du uns überhaupt noch? Wo bist du? Nee, eben. Ich bin in die Tripstone Cave hier rein. Das ist aber fackeln, so. Ja, gut. Aber ich laufe die ganze Zeit im Kreis, deswegen komme ich nicht zurück. Aha. So, jetzt. Da. Da ist es los. Da ist es den Abend in dem Teil. Ja, gut. Ich sehe, die Folge wird heißen Abenteuer mit Mifio und Blatzer. Aha. Wir haben den Spaß unseres Lebens. Da unten geht's nicht weiter? Nee, wir haben schon. Okay, aber hier. Oh, das heißt, ich muss absteigen. Oh, nee, darf nicht. Da ist Gold. In der Decke. Wo? Wo? Ja, ja, ja. Stillhalten. Da vorne auch. Die Decke interessiert mich gar nicht so doll. Jo. Da ist auch noch Gold. Fjold. Warte, da sind noch zwei Blöcke. So. Oh, noch ein Block. So, das war's. Da drüben ist Gold. Stopp. Okay. Wo soll das, Blatzer? Die hab ich zuerst gesehen. Ja, genau. So, und jetzt hab ich die Stelle verloren. Oh mein Gott. Hat das was zu bedeuten? Alter, da hinten ist es noch. Blatzer, stopp. Wenn du dich jetzt so hier in die Ecke stellst, sieht das, äh, sieh, guck mal in meine Richtung. Siehst du das? Da ist das heilige Kreuz. Oh, das kreuz, das kreuz. Oh, ja. In 3D. Ja, ist jetzt die Frage, entweder hier lang, oder da hinten ist halt auch noch eine riesige Höhle. Ja, das ist, das ist schwierig, hier ist Wärts, dann hat sich schon... Ist hier überhaupt noch viel? Weiß ich nicht. Ich kann's halt überhaupt nicht sehen. Also ich seh wirklich nichts. Du musst meine Augen aufmachen, nicht mehr. Ich könnte helfen, sagst du. Ah, ich muss den Monitor an den ganzen Spielen. Ja. Ja. Oh, du bist ein Blöbelbett, Thomas. Oder spielst du mit dem Handy? Handy, ja. Ja, ja, Pocket Edition. Ein Blöbelbett. Oh, da unten ist ein Diamanten im Wasser. Ja, tauch ab. Sieg- und Fliegplanzer. Ach so. Ein bisschen bohlen. Fimmst du hin? Ich hab dich voll aus den Augen verloren. Oh, da sind noch mehr Diamanten. Oh. Das war für Schwein. Das ist unglaublich. Aber die lagen an der Oberfläche, was willst du? Die hab ich nicht gesehen. Oh. Oh, da sind noch mehr Diamanten an der Oberfläche. Oh. Ich meine, es ist eh gut, die Vorräte da aufzufüllen. Ich meine, wir haben eigentlich eh noch reichen. Hier sind zwei Stacks, glaube ich. Oh, hier. Oh, da sind noch mehr Diamanten. Sobald wir haben ausreichend Stacks dafür, dass Plaza noch, glaube ich, dreimal ins Ende ist. Nö. Irgendwann habe ich eine Neta, die Driftung. Das ist ja schon klar. Hier geht's weiter. Sehr groß sogar. Warte, ich komm. Ich schwimme zu euch. Ja, vielleicht sammeln. Wäre super. Das Iampi ist auch schon wieder weg. Da ist die Gold. Oh, da hinten liegt Diamanten frei. Iampi ist ja da für Streppe. Ja. Das ist ja frisch sehr. Das ist wirklich gar nichts. Hier, hier, hier hinten. Wo ist hier? Ah, da ich sehe euch. Da, wo Mifi-Verteidigungstor. Der Mif-Verteidigungstor, den sehe ich ja nicht. Ich warte beim Bildstimmen. Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit an die Decke zu rennen? Lauf selber. Lata. Ich denke, ich muss Verteidigungstor haben. Lata, nimm mich nicht mehr. Gerne. Ja. Sie schränkt die ganze Höhle. Oh ja. So. Oh, Joll. Oh. Ja. Da komme ich nicht an. Achso. Nimm mich mit. Den braucht man. Erstmal finden wir aber viel Gold. Mhm. Entschuldigung. Alles gut. Ich glaube, ich müsste wieder hoch. Das Rot an der Decke sind Diamanten. Oh. Ah ja, ja. Deckendiamanten. Shit. Ich weiß nicht mehr, wo ihr seid. Ich komme so nur nicht an. Ich habe euch verloren. Hier ging es zu Werte. Das war nur... Ach nee, da sind noch mehr. Seid ihr am Lavasee? Ich sehe hier nichts. Ich bin bei Siampi. Ich sehe ein Lavading hier. Guck mal, da sind vier Whetstone nebeneinander. Auf dem Boden. Was hast du gesagt, Siampi? Ich sehe nur ein Lava, ein Lava-Twelle. Ich glaube nicht, dass es der Lava-See ist. Okay. Oh, ein Villager. Äh, ist ein Diamanten. Alliegend. Ja, warte. Ich habe ihn schon. Halleluja. Das ist pervers hier. Oh, da ist Gold in der Ecke. Ja, ja. Ich sehe es. Ist das ein Name-Tag da hinten? Ja, haben wir, haben wir. Ich weiß halt nicht, wo die anderen sind. Ja, ich auch nicht. Warte, musst du dich absetzen? Ja, war Redstone. Ja. Wir schienen ja mal... Das ist natürlich schön, wenn echt gar keiner irgendwo Fackeln hinsetzt, dann... Oh, gar nicht. Ich habe ja nicht mehr so viele Fackeln. Ich muss ein bisschen haushalten. Ich habe auch kein Kohleärzt mehr dabei, deswegen kann ich keine mehr machen. Ist ja was. Wo sind die langgegangen jetzt? Nee, warte, bis über euch. Ja, bleibt genau da. Ich höre sie. Hat der Fackeln nicht dabei? Weil Blaser ist auf die Kiste in Kohle. Ich habe keine. Warte mal. Einen hat er doch in der Kohlekiste, oder? So. So. Du böse Sklepp. Du können ja gleich... Das haben wir gleich geregelt. Wieso baust du dich mit Kohleblöcken hoch? Gibt vielleicht eine Überraschung. Ach so, zum... Farmen für die Regalien. Danke. So. Kann ich die beiden Schalker einpacken? Warte, nee. Ich habe meins noch nicht ver... Verräumt. So. Warte. Alles Gold? Ja. So, ja, warte, 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 warte. Ich sehe es gerade. Ah, da. Man nehme den Motto auf, der es macht, dass die Fackeln anmachen müssen. Das war es schon. Das war nur einer. An was? Dass man die Fackeln anmachen muss, wieder. Dass die eine Halbzeit ausgehen. Ach du Scheiße. Nee. Ich glaube eher nicht. Die können weg. Da ist mir hin. Da hinten wird zumindest weitergehen. Wir nehmen uns da hinten. Ah, shit. Ich habe einen Scheiße getreten, sorry. Also ich habe, wie gesagt, einen Riesen-Lava-See entdeckt. Da ist ein Haufen Redstone und so. War auch ein Gena. Was für euch relevant ist. Da unten. Bombies. Komm mal. Wir haben uns Redstone gequält. Ja. Nein, ich bin noch nicht fertig. Da. Genau. Ihr Platz hat. Du hast aber gesehen, wohin, oder? Ich glaube. Ja. Oh je. Glauben heißt nicht, was... Wieso baut man nicht so schnell ab wie eurer? Glauben kannst du bei mir nach wie in der Kirche. So. Ich glaube, ich habe das Redstone alles. So. Ihr seid zum Lavasee. Habt ihr es gesagt? Mhm. Das sind Diamanten in der Decke. Ja, ja, genau. Darauf wollte ich... Oh ne, da unter ist Lava. Das ist schlecht. Das ist nicht mehr lang. Hast du keinen Wassereimer? Ich nicht. Genau. Schmeiß mich mal ab. Hab ihn. Mehr ist dann nicht, oder? Ne. Okay. Oh, da ist immer nur Redstone. Das ist gut. Okay, da drüben ist auch noch... Hier ist Old, schön. So, CMP ist schon drüben. Ist doch super, wenn sich das auszahlt. Dann geht's auch noch weiter. Ach du Scheiße, ist das hier riesig. Ja. Oh, da ist ein freiliegender Diamant. Oh, schön. Oh. Oh. Oh, das sind noch mehr Freiliegende. Irgendwird jemanden. Brauchen wir Obsidian? Ne. Jetzt hätten wir ein bisschen was, ne? Ich denke, wenn wir was brauchen, können wir was einsammeln gehen. Sehr geil. Schön. Ich hole das Opsi. Äh, ne. Das Opsi sei schon das Redstone. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Hopp. 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 Okay. Super. So, Efi, hast du da bitte drauf? Fünf. Werde ich auch. Sieben. Ja, weil das auch geht. Ja, aber wie geht's drauf? Ich dann länger als du, wenn ich's gleich Efi draufhabe? Ich hab nur eine 4C-Zimpf draufhabe, ich weiß es nicht. Oh, das ist gut. Hier geht's weiter, oder was? Wo ist die Hempi? Hinten Obsidian abbauen. Äh, okay. Oh, leg mich am Sack. Äh, hey. Äh, stirbt der? Stirbt der? Ja, der stirbt. Mach das Loch zu. Ich muss da was Wasser hinplatzieren. So, naja, ich hab 220 Upside an mitgenommen. Na, ne Ahnung. Vielleicht brauche ich das ja immer. Ja, ja. Gut haben ist immer gut. Ehrlich gesagt. So, eben, als noch mehr abzubauen, da hab ich weniger Lust drauf. Ja, genau so der Fackelpfeil da vorne, der ist ja markiert, wo sie geht. Mhm. Das ist ja so, wo wir herkamen. Okay, ja. Aber hier ist ja dann Ende, wie sie aussieht. In der Einsichtung geht's noch weiter nach oben und da ist es gewaltig. Okay. Ja, dann tun wir das. Gewaltig. Wenn du das saßt. Ja. Jetzt ist er weggeflogen. Ich weiß nicht mehr. Ich bin hier. Ja. Und dann muss man auf die andere Seite. Ah. Und dann geht's dann hier hoch und dann ist hier auch sogar eine Gerode. Uh. Uh. Ihr wisst, was ihr zu tun habt? Die komplett abzutragen? Äh. Richtig. Also auch die äußerste Schicht? Der Backstorm? Nee, den brauchen wir nicht. Wah. Dabei haben wir diesen Kristallstein noch nie verwendet, ne? Nee. Aber besser haben und nicht brauchen, als brauchen wir nicht. Richtig. Und Calcid brauchen wir so oder so immer. Ehrlich gesagt. Wo kriegt man sonst Calcid her? Nur aus so Peak, irgendwas, Hilz, Tacke. Sonst kriegst du den gar nicht. Ah. So, ich mach mal. Es muss ja einer durchlaufen, die mein Zeug ansammelt, fand ich mir. Ja, hier wäre für Calcid und so die Natur aufgestellt. Das klingt ja nett. Auch schön, wenn du dir so ne Mühe machst. Ja, da hab ich ne Belohnung dafür bekommen. Leidlich. Ups. Ich werde reichen, wo ich für meine Arbeit. Mhm. Für den Fieksdienst. Fieksdienst. So. Goal. Da hat er das Ding auseinandergebaut. Wie die Termiten haben wir das Ding zerfressen. Ja. Nur noch die Schale steht. Oh, wirklich. Äh, wo ist die Box hin? Ich hab sie nicht. Warte mal. Ich hab sie nicht. Wie? Hä? Wer hat sie jetzt? Ich hab sie nicht. Irgendjemand hat ne weiße Schalkertruhe im Inventar. Oh doch, ich hab sie. Ja. Ja. So. Was ist denn? Hat sie doch aus jetzt halt. Mhm. Aber hallo. Äh, ja. Ja, da hab ich auch noch was zum reinpacken. Sehr gut. Super. Ich hoffe, ich hab jetzt niemanden das Inventar vor der Nase zugemacht. Also jetzt, dann geht's gesperrt. Achso. Nice. Nochmal Diamanten, jetzt hab ich den X-ray an. Ja, bei dir glaub ich sogar tatsächlich. War aber alles offensichtlich mit Diamanten zu meiner Beteiligung. Der kann ja gesehen, da kann man alles behaupten. Ja, guck mal, die Admin kommen so aus, da passiert das Slash-Gif, CMP-Seeker. Ja. So ein Stack, der über 64 Blöcke geht. Du hast einfach ein Stack voll Diamantschwerter. Achso. Ja, ein Diamantschwert-Stack. Ja. Ja. Jo. Unfrei, den du Diamanten. Oh, hier geht's noch weiter. Shitty. Blue hinter dir spinne. Spinne. Yeah. Nee. Nee, da will ich mich runter, aber jetzt sieht's hier Mau-Mau aus, ne? Was ist mit Mau-Mau? Ja. Da würde es nicht runtergehen, hier ist Yorl. Ah, da hat sie sich schon niedergelassen. Wenn ich einmal einen dieser Elytra-Jumps über einem Lavasee verkacke, dann... Bist du selber dann schuld. Zwei! Genau, das ist geschreiß groß. Ah, Diamanten, guck mal. Offene oder versteckte? Äh, ich hab genau die richtigen zwei Blöcke weggegraben, damit ich's in den Kopf habe. Ja. Mach ich auch immer. Und hier wirft man ein X-Ray vor. Ja, ne, ich hab... Das war... Guck mal, da oben ist Kupfer. Ja, und... Achso, da kommst du ran, ne? Ja. Das ist halt an einem Lavasee, deswegen seh ich die Diamanten dort tatsächlich. Ich bin wahrscheinlich eine Doppel zu vielen schon vorbeigelaufen. Einfach, weil ich das sehe. Gut. Gekupfert. Wow. So. So, wo kamst du jetzt her, Bladsman? Äh, von der weiten Welt. Ne, jetzt mal ohne Scherz. Wir haben keinen Bock, hier im Kreis zu laufen. Werden wir. Zwangsläufig, das hier ist viel zu riesig. Jetzt ist er auch schon wieder weg. Ach, ich hab mich gerade eingelabert. Ich ist Piot. Eingelabert? Oh, oh. Ehh, er hat eingetintet. Mhm. Oh Gott, ey, wirklich. Niederlich. Bladsman, niederlich. Was? Ich hab jetzt ne neue... Okay, das... Weiß ich nicht, ob es mir das gefällt, aber okay. Ne neue war's. Noch mehr Diamanten. Mhm. Scheißhecker. Ja. Mit der Kreditkarte vor allem, wenn er den Minecraft-X erkauft hat. Ja. Das... Auch das glaub ich dir. Ich hab meine eigene Kreditkarte öffnet. Ich bin kein Lieblingsbürger. Ach so. Ah, ich hab noch ne Gehode. Oh. Ach ja, das ist blöd. Wir sind halt nicht in der Nähe. Ja. Wollt ihr Chords haben? Äh... Huh. Helfen tut's, ja. Ja. Also, ich lörde. Ja, ja. Hab's nen Check geschrieben, da brauchen wir den nicht durchgehen. 600. Uah. Da war'n Loch, hm? Ja. Also, ich bin eigentlich nur einmal abgebogen und dann war ich wieder woanders. Ich glaub, ich bin dann mal abgebogen. Ja, ja, genau. Du bist einmal abgebogen. Super. Wann und wo, ne? Ich versuch's grad zurück, aber... Weil du bist 200 Blöcke weit weg von uns. Cooler Piss. Also... 600 und was war die andere Zahl? Boah, 700 und minus 3600. Und auf welcher Höhe? 23. Äh, minus irgendwas, stopp. Was war hab ich da? Entschuldigung. Minus 56. Ah, da, ich seh' dich. Ah, bleib' da, ich seh' dich. Gequiept. Hm. Nein. Oh, Diamanten an der Decke. Ich kann keine... Äh, weißt du, stopp, kannst du das Blaser? Wo kamst du her? Weil dann müsse der Rest ja auch immer da sein. Aus der Ecke, in der du gerade fliegst. Boah. Genau, bestimmt, oder? Ich bin jetzt grade bei der alten Gehode. Ich komm' warte mal zurück. Ich glaub, ich weiß, wos lange geht's an der Gehode. Weil ich seh' hier fackeln, die latsche ich einfach mal ab. Oh, da ist Diamanten an der Decke. Ah, halt ich da, was geklatscht. Wer ist das? In der Ende. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da, wenn du reden willst. Wir sind da, wenn du reden willst. Wir sind da, wenn du reden willst. Das sind wir gleich beide. Hm. Und dann ging's hier weiter, oder was? Ja. Interessant, interessant. Uh, Angriff. Wo ist deine arme Brust? Ich hab' die nicht einstecken. Oh, guck mal, da ist Gold. Ich weiß nicht. Hat sie ja auch schon gesnackt. Ja. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Ja. Er ist ein Schnüffler. Er ist ein Schnüffler. Er ist ein Schnüffler. Er ist ein Schnüffler. Hä? Was? Was ist... Was für eine Gehode? Was? Wo? Wo? Wo unten? Ja. Oh ja. Oh ja. Habt ihr das auch mal wieder aus hier? Habt ihr das gesehen? Was? Oh, das Diamant. Sehr schön. Guck mal, ich bin an der Älter der Diamanten einfach vorbeigelaufen. Habt ihr das gesehen, ne? Versuch uns nicht als Alibi für deine X-Ray Hacks zu nehmen. Hm. Ich hab nur gerade auch noch einen schönen Sprung gelandet, so den wollte ich nur, dass man den sieht. Ähm, können wir ganz kurz die Erzkiste haben, weil wir nicht nur mit Zeug einstopfen. Das können wir jetzt abbauen. Hm. Sofort. Lapis... Lapis, sei schon Dingskiste, stelle ich auch mal da unten hin, hier, für... fürs Zeug. Ähm, mehr, mehr, mehr... Oh ja, das ist ein bisschen entladen. Äh... 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 Ey, also nee, sorry, das... Ich glaub, das funktioniert nur im Englischen, da bin ich mir sehr sicher. Äh... Äh... Ja, okay, das stimmt. Oh, das Diamant, geh weg, das ist meiner, den hab ich entdeckt. Ah, ich hab nur ne... Pizzacke gebraucht. Ich hab ihn ge-X-Ray'd. Ich hab zuerst X-Ray verwendet. Ich hab mir zuerst gesehen. So, oh, die Truhe ist full. Die ist tatsächlich full, ja. Ja, dann können wir ja jetzt gehen, da haben wir ja mehr als genug. Mob-Drop-Kiste oben, ja? Mob-Drop-Kiste oben, ja? Wir gehen hier erst, weil wir fairer sind. Nein. Das ist nicht die Mob-Drop-Kiste, aber auch nicht. Oh, falsch. Jetzt holt er hier die Sachen rein? Oder sind die anderen voll? Braucht er mal die Mob-Drop-Kiste? Die sind nicht voll, in der Ernst. Das ist richtig. War es auch nicht. Das waren eh immer die anderen. Ich bräuchte aber die Mob-Drop-Kiste. Party. Platz, man. Perfekt. Äh, ja. Ist auch voll. Mob-Drop-Kiste ist auch voll. Jo. Oh. Wir können ja die vollen, dass wir nicht immer durcheinander kommen, hier mal ein- enden. Nein, nein, die Ernst-Kiste doch nicht. Die ist doch noch nicht voll. Ne, die ist noch nicht voll. Ey, blöd, die Scheiße. Nein. Willst du nur noch eine Antwort? Das ist noch keine Kiste voll. Ey, ohne Fremdernährung. Ja gut, hier ist aber auch schon, also das ist schon hart am Limit. Es reden einfach fünf Leute durcheinander, das finde ich auch hart am Limit. Ja, wir sind aber nur vier. Ich klingt, als wären es fünf. Cool. zusammen. Judy buff